Ich bin Finn von EinfachBitcoin und ich hatte vor kurzem ein Video aufgenommen, wo ich über Ordinals rede. Wer nicht weiß, was Ordinals sind, dem würde ich empfehlen, zuerst dieses Video hier anzugucken. Da erkläre ich diese Ordinals nochmal genauer. Unter diesem Video hatten mir einige Leute geschrieben gehabt, dass sie sich jetzt ernsthafte Sorgen um Bitcoin machen würden. Also nochmal um es klarzustellen, Ordinals sind jetzt einfach da. Wir können und wir sollten sie eh nicht mehr entfernen, denn Ordinals sind meiner Meinung nach einfach auch nicht wichtig genug, um deshalb über einen Hardfrog zu diskutieren. Das Problematischste an Ordinals ist einfach, dass jetzt eben auch illegale Inhalte auf deiner Node gespeichert werden, weil diese ganzen Bilder, die hochgeladen werden, sind eben wirklich auf der Blockchain gespeichert. Das heißt, wenn irgendwer verbotene Inhalte in die Blockchain hochladen würde, dann hätte die auch jede Person, die eine Bitcoin-Node betreibt. Und deswegen wäre eine Zensurmöglichkeit für Node-Betreiber wohl einfach am praktischsten. Das gibt es noch nicht, aber ist meines Wissens nach eben möglich und umsetzbar. Damit würden wir die Bitcoin-Blockchain nicht zensieren. Wir zensieren quasi nur unsere eigene Node und hätten damit keine problematischen Inhalte auf unserer Node gespeichert. Aber auf der Bitcoin-Blockchain waren wohl auch schon, bevor es Ordinals gab, ja zum Beispiel Kinderpornografie gespeichert. Und deswegen ist das jetzt auch kein grundlegend neues Problem. Natürlich könnten durch Ordinals jetzt solche Inhalte vermehrt auf der Blockchain festgehalten werden. Und im Worst Case würde das die Bitcoin-Adoption verlangsamen, weil Staaten jetzt deswegen das Betreiben einer Node verbieten könnten, aber das hätten sie eben auch schon früher machen können, wie gesagt. Und darüber hinaus kann man das Betreiben einer eigenen Node auch aus vielen anderen Gründen verbieten lassen. Niemand kann dich daran hindern, eine eigene Node zu betreiben, denn du kannst den Node zum Beispiel einfach über Tor laufen lassen, dann bist du weitestgehend anonym. Bitcoin kann man nicht stoppen, das ist einfach unmöglich. Umso mehr Leute eine Node betreiben, desto schwieriger wird es auch, das zu verhindern. Am Ende des Tages kannst du eben auch verbotene Inhalte oder Symbole auf einen Baum einritzen, aber man kann Bäume halt nicht verbieten. Die Bitcoin-Blockchain ist effektiv wie ein Baum. Das ist einfach nur Natur, das ist dezentral. Ein Baum wächst überall. Jeder kann einen Baum pflanzen, das kann keiner verhindern. Und ich glaube auch, dass wir wohl nie wieder leere Blöcke sehen werden. Wir können hier sehen, es stehen noch 83 weitere Blöcke an mit insgesamt 254 MB. So viele volle Blöcke habe ich persönlich noch nie gesehen. Die Bitcoin-Blocke sind weiterhin an das Limit von 4 MB gebunden. Durch die Ordinals sind die Bitcoin-Blocke jetzt eben einfach voller. Dadurch steigt der Speicherbedarf der Bitcoin-Blockchain etwas weiter an. Aber am Ende des Tages sind die Auswirkungen auf den Speicherbedarf eben nicht sehr groß. Denn es wird eben immer günstiger eine Node zu betreiben. Die Speicherplatzentwicklung schreitet deutlich schneller voran als der Speicherbedarf der Bitcoin-Blockchain. Durch Ordinals sind die Blöcke jetzt also voller. Miner verdienen mehr Geld und die Transaktionskosten sind höher. Und das ist ja eigentlich etwas Gutes, denn die Block-Subsidie sinkt ja immer weiter. Das heißt, die neuen zukommenden Bitcoin halbieren sich alle vier Jahre. Das letzte 1% des Bitcoin-Bestands wird über einen Zeitraum von ungefähr 100 Jahren erst in Umlauf kommen. Das heißt, dass die Transaktionskosten steigen müssen, damit sich Bitcoin-Mining weiterhin lohnt. Höhere Transaktionskosten bedeuten einfach höhere Netzwerksicherheit. Und deswegen ist das erstmal eine ziemlich positive Entwicklung. Wegen Ordinals an Bitcoin zu zweifeln, ist sehr irrational. Denn Ordinals ändern überhaupt nichts an den Grundeigenschaften von Bitcoin. Also keine Panik, Bitcoin ist weiterhin limitiert, Bitcoin ist weiterhin dezentral, Bitcoin ist weiterhin Punkt, Punkt, Punkt. Ihr kennt die ganzen Sachen. Um die Ordinals wirklich sehen zu können, brauchen wir einen Ordinals Explorer, also eine Internetseite, die eben einfach auf eine Note zugreift. Und von da aus diese Ordinals, also die Inscriptions, diese Bilder, Sounddateien oder was weiß ich was, von der Bitcoin-Blockchain abrufen kann. Wer selbst eine Inscription in die Bitcoin-Blockchain schreiben möchte, der muss eben eine eigene Bitcoin-Fullnote betreiben und die mit so einem Explorer verbinden. Wenn wir also zum Beispiel das Grundgesetz in die Bitcoin-Blockchain schreiben wollen, dann können wir das natürlich machen. Aber am Ende des Tages unterliegen all diese ganzen Bilder und Dateien hier auf der Bitcoin-Blockchain dem Oracle-Problem. Jeder kann irgendeinen Müll hochladen. Ich könnte zum Beispiel das Grundgesetz hochladen, aber da einige Wörter oder Sätze einfach abändern und in 500 Jahren wird diese NFT weiter existieren. Aber keiner kann wissen, ob es sich hierbei um eine echte oder manipulierte Version des Grundgesetzes handelt. Wir können es also nicht nur auf die NFTs auf der Bitcoin-Blockchain verlassen. Wir brauchen zusätzliche Informationen und deswegen ist das Ganze komplett hirnlos, da sich halt überhaupt gar kein Nutzen. Aber was ich bisher noch nicht bedacht hatte, wir können natürlich nicht nur NFTs auf der Bitcoin-Blockchain speichern. Das ist ja einfach nur der offensichtlichste Anwendungsfall. Wir können zum Beispiel jetzt auch unveränderbaren Code, also zum Beispiel JavaScript-Code, auf der Bitcoin-Blockchain speichern. Und weil Bitcoin tatsächlich dezentral ist, können wir uns sicher sein, dass dieser Code auf der Bitcoin-Blockchain dann auf alle Ewigkeit unverändert bleiben wird. Und wenn wir Programmcode als Ordinal auf der Bitcoin-Blockchain speichern, dann kann dieser Code auch mit Ordinales-Explorern, mit anderen Programmcodes auf der Bitcoin-Blockchain interagieren. Wenn wir uns auf sinnvolle Regeln für Programmcodes auf der Bitcoin-Blockchain einigen können, dann könnte das eventuell eine neue, zweite Schicht auf Bitcoin ermöglichen. Bitcoin wird ja wie das Internet in Schichten entwickelt und das sollten wir auch weiterhin so machen. Die bekannteste zweite Schicht auf Bitcoin, das ist das Lightning-Network. Damit können wir Bitcoin-Transaktionen in Echtzeit, kostenlos und anonym tätigen. Dafür brauchen wir eine Lightning-Node. Das heißt, wir müssen auf unserer Bitcoin-Node oder auf einem zusätzlichen Gerät nochmal eine Lightning-Node installieren, also einen Lightning-Knotenpunkt. Diese Inscriptions auf der Bitcoin-Blockchain, die sind eben dort gespeichert. Die befinden sich also direkt auf dieser Bitcoin-Blockchain. Die Bitcoin-Blockchain ist abgeschottet von der Außenwelt. Diese Ordinales können also nur innerhalb der Bitcoin-Blockchain interagieren. Und diese Programmcodes, die könnten wir eben gezielt aussuchen und ausführen mit diesen Ordinales-Explorern. Diese Ordinales-Explorer haben keine Auswirkungen auf die Bitcoin-Blockchain an sich. Die sind einfach nur dafür da, um die Ordinales darzustellen. Die Möglichkeiten mit Ordinales sind auf jeden Fall viel versprechender, als ich es zuerst angenommen hatte. Sind Ordinales nicht wichtig und nur reiner Datenmüll, dann wird bei den steigenden Transaktionskosten in Zukunft auch keiner viel Geld dafür ausgeben wollen. Deswegen müssen wir als Bitcoin-Nutzer einfach abwarten und gucken, was passiert. Haben Ordinales keinen echten Nutzen, dann werden sie in Zukunft sowieso verschwinden. Und wenn diese potenzielle zweite Ordinales-Schicht wirklich Sinn macht, dann wird sie auch weiter genutzt werden. Wenn wir also einen wirklichen Nutzen für Ordinales finden und die Transaktionskosten immer weiter steigen, ist das also nicht so schlimm. Denn wenn wir in ferner Zukunft merken sollten, dass bestimmte Funktionen, also Programmcodes als Ordinales, noch nicht existieren, dann könnten wir diese Programmcodes einfach Open Source im Internet posten. Und wenn diese neue Funktion wirklich einen Nutzen erfüllt, dann könnte ich zum Beispiel einfach mehrere Leute zusammentun, um diesen Programmcode als Inscription auf der Bitcoin-Blockchain zu speichern. Ordinales sind wie bereits gesagt schon in Bitcoin integriert und deshalb werden die nicht mehr verschwinden. Also machen wir einfach das Beste daraus. Vielleicht entsteht daraus ja wirklich eine sinnvolle zweite Schicht. Keine Ahnung, lassen wir uns einfach überraschen. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr meine Arbeit unterstützen möchtet, dann würde ich euch bitten, meinen Kanal zu abonnieren, den Video einen Daumen nach oben zu geben und das Video mit euren Freunden zu teilen. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.